Willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Ich bin neuer Fero Bo und wir reden mal mit Anke. Da wecken ihn mal. Ich bin neuer Ferober, wenn wir etwas finden können. Natürlich, ich habe ein paar Errors zu gehen. Great, wir schauen, die Horsen sind bereit. Wenn du den Mann in die Stadt holst, kannst du uns auch nehmen? Warum, was hast du geplant? Nichts. Wir finden etwas für dich, wir immer machen. Wir sind aus unserer Minden. Wir haben hier zwei Wochen geöffnet. Karen ist bereit zu schüren Grimshaw. Will du Miss Grimshaw sparen Sie? Kann Miss Grimshaw sparen Sie? Was ist passiert, Arthur? drei junge, schäuze Frauen wollen Sie zu holen. Sie sind worried über Haus chores. Los geht's! Fair genug. Du hast mich. Kommt, dann. Ich kann nicht glauben wir werden sehen, dass wir die Zivilisation sehen. Es fühlt sich seitdem wir die Zivilisation sehen. Ja, Valentine. Sehr ein Einzelnener, die Zivilisation. Die Mädchen werden es lieb. Okay, dann. Los geht's! Na gut, dann wollen wir mal machen. Mit den Ladies. Unterwegs. Ja, weil die holzen ja. Die nächste Song. Oh, jetzt ist es noch ganz schnell her. Oh! Oh! Was ist das passiert? Lumbago, wirklich. Du bist okay, Freund? Oh, hey, du könntest mir helfen, mit meinem anderen Horsen zurück von dort, würdest du? Hallo? Ich bin... Ich bin wirklich dankbar der Hilfe. Ich bin froh, dass dieser hier, auf mich auch, wenn ich ihn lasse. Natürlich, kein Problem. Danke. Es ist der weiße, da oben. Komm schon, Arthur. Ja, ich muss mich... Komm schon, ein Fuchs. Woa, da. Easy. 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 You're okay. Woa. Woa. Scheiße, das Pferd. Das ist eine gute Frau. Hier. Komm schon. Komm schon. Ein bisschen schneller vielleicht. Natürlich, ich bin ja ein guter Kerl. Wir werden jetzt mal versuchen, gut zu werden, denke ich mal. Sie müssen gut sein. Wollen wir mal eine Bank überfallen, vielleicht? Wenn wir Geld bräuchten. Mal schauen, wie es wird, das Leben im Westen. Ob es uns so gut oder so ein Bösen treibt. Hier. Hier geht's. Du bist ein Herrmann, Sir. Ein Herrmann? Nein, nicht wirklich. Bitte schön. Pass ich durch. Durch und da. Hallo, Ladys. Wollen wir gehen? 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 Wirativa aus Kurunk. Wollen wir gehen? Wollen wir gehen? Wollen wir gehen? Wollen wir gehen? Das sieht schon verdammt cool aus mit dem nice kleinen Machos und so weiter. Something was loaded. Er wird noch gebaut, es sieht alles so aus, die Bände geschaut, das ist unglaublich. Er wird noch nicht so aus. Er wird noch nicht so aus, Arthur. Wahrscheinlich nicht. Wir fahren nach dem Ende da, neben den Stabeln. Nein, 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 nein. Oh, du hast mich aus, Gott, da. Was ist mit dir? Wir fahren mit dir. Hier sind wir, wie ich gesagt habe. Der Zentrum der Bevölkerung. Ein Mann, der seine Schmerzen. Ok, was wir machen? Wir machen das, was ein Manniak macht. Mit den Frauen arbeiten. Mit Freude. Wir beginnen mit der Salute. Ok, bleiben Sie einfach aus dem Problem. Und nicht sich selbst bemerkt. Ok, ich brauche etwas aus den Schmerzen. Ok, wir sehen uns in der Schmerzen, wenn Sie fertig sind. Ok. Ok. Das ist ein Manniak. Ich bin der Schmerzen, ich war der Ein-Schilder. Oh, das ist ein Manniak. Oh, das ist ein Manniak. 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 Das ist mein Manniak. Sehr lustig. Ich scheiß. Der Ringwurm. Dann, Rats mit der Plagad. Dann, du. Kadetsch! Ah, bin er hier. Da muss man den Katalog an. Das finde ich halt auch so ultra cool. Der hat wirklich so einen richtigen Katalog. Munition. Was haben wir denn hier? Munition. Alles mögliche. Seh dir das an. Pflanzenfresserköder. Ah, guck mal hier. Haben wir vielleicht auch sowas wie, vor allem hier, Raubtierköder. Ah, kann man jetzt sogar Waffenöl kann man kaufen, oder? Ja, ich lass mich jetzt mal gucken hier. Was verkauft auch. Outfits-Köp-Mäntel. Mal gucken. Mal gucken. Ich hab' einen neuen Hut. Kann auch mal ganz nett vielleicht. Flintenmantel. Das ist verdammt cool einfach nur. Westen könnten wir uns kaufen. Da steht aber irgendwie bei, was... Jetzt hat er größer. Kann sogar lesen. Ja, Stiefel-Typ. Ah, guck mal, da steht sogar richtiger Text dabei. Was für ein... ...cooles Ding. Ah, da können wir jetzt hier komplette Outfits kaufen. Das Richteste. 50.000... Äh... ...index. Ich würde gerne einen Index, genau. Ich würde gerne... Ich könnte auch verkaufen. Was kann man denn verkaufen? Eigentlich alles, ne? Ich würde hier unsere ganzen... Warum kann man das nicht verkaufen? Er kann diesen Gittert nicht kaufen. Oh. Warum nicht? Wahrscheinlich könnte er kaufen. Wow. Gemahlener Kaffee. Gut dann... Wir kommen mal in den Katalog. Wir sollen ja Kaffee kaufen. Vorräte... Vorräte? Wahrscheinlich. Frische Lebsmählen, Alkohol, Tabak. Konserven. Haben wir am Rückkaffee. Kaffee, Kaffee. Pfirsische Möhren. Birnen. Was steht da? Zartes Schweinefilet. Erstklassiges Rindfleisch. Kostet auch schon da. Damals richtig viel Geld. Gemahlener Kaffee da. Kaufen wir mal. So. Haben wir Kaffee gekauft. Ich hätte es aber gut in diesen Katalog. Das ist echt cool. Unglaublich cool. Hätten wir uns auch einfach so hier umgucken können. Oh, wie cool. Das ist verdammt geil gemacht. Muss man einfach sagen. Was haben wir hier? Kann man nicht reingucken? Schade. Und der ist schon umsaufen. Oh, hier ist es zu Ihrer guten Gesundheit, Herr. Und zu sein hier, auf dieser Mountain. Absolut. Es ist ein lustig. Das 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 klingt gut. Wo sind Tillie und Kat? Ich denke, im Hotel. Sie waren auf ein paar drunken Leute, die sie wollten robben. Warum? Es war einfach. Aber sie sind schon lange weg. Ich glaube, ich werde es sehen, ob es gibt. Ich glaube, sie darf es nicht prüger. Es gibt Tillie. Das sieht nicht ideal. Entschuldigung. Ich glaube, ich würde dich nicht finden, Tillie. Ich bin zu lange. Ich bin zu lange. Ich bin zu lange. Gebe deine Hand aus. Wer bist du? Ein Freund meiner. Gebe sie aus. Gebe sie aus. Hey. Hey. Gebe es einfach. Es ist kein Problem hier. Es wird, wenn du hier nicht rauskriegst. Du hast einen großen Fehler gemacht, Tillie Jackson. Du hast einen großen Fehler gemacht, Ich mache das nicht mit dir jetzt. Gebe es mit Uncle und Marybeth. Sie sind auf der Straße. Okay. Danke, Arthur. Ich gehe, Aina. Schau mal rein mit dir unterhalten. Na gut. Dann noch nicht. Wir müssen die harte Worte bringen, ne? Sie sind ja eine harte Worte. Mit der 20s, Blond. Sie erinnern sie. Ja, sie sind in 2B. Sie sind in 2B. Sie sind ein Freund von ihren? Sie sind ein Freund von ihren. Sie sind ein Freund von ihren. Oh. Nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Zwei zählt. Dann ziehe ich mich in 2B. Zwei A. Wir kennen nicht das Alphabet. Ich habe das Geld. Ich habe das Geld bekommen. Drei an, was ich verdient. Nein, nein. Nein, nein. Ich hab das Geld. Hey. Wie bist du? Hatte dir? Entfernen aus. Ich hab Geld. Ich habe Geld. Und ist er tot? Das war's wofür. Haben wir ihn jetzt umgelegt? So, ich hab leider eine Leiche in ihrem Haus zerlassen. Ich? Nein, das ist unmöglich. Hör, buddy, komm hier für einen Moment. Ich habe dich gesehen. Komm hier! Komm, komm! Ich mag das nicht. Ich auch nicht. Geh die Mädchen nach Hause. Ich werde mit unseren Freundinnen gehen. Sei vorsichtig, Arthur. Nur ein Wort. Ja! Ich bin nur von mir. Du gehst weg von mir! Geh zurück hier, jetzt! Das war's. Das war's. Wilde Verfolgungsjagden hier. So, das ist ja mein kleines Problem. Ich will ihn schon knallen. Bis jetzt. Mein Pferd, komm mal zu Schuminen. Warum erzählst du lies über mich? Nein, nein! Ich habe es falsch, Partner. Ich habe es falsch. Ich habe es falsch. Jetzt, bitte, hilf mich. Ich habe niemals in Blackwater gewesen. Dann, warum gehst du mich? Ich habe ein schadees Gesicht. Ja, ja, ich auch. Jetzt, bitte, zieh mich auf. Bitte! Bitte! Ich habe dich gebeten. Alright. Komm mal. Ich bin gut, Partner. Nein. Nein. Nein, ich bin nicht. Ich bin ein Schmerz. Na, du bist nicht tot. Da ist das. Nein, ich bin nicht. Ich bin ein Schmerz. Na, du bist nicht tot. Ich bin ein Schmerz. Nein, ich bin ein Schmerz. Ich bin ein Schmerz. Ich bin ein Schmerz. Ich bin ein Schmerz. Du bist ein Schmerz. Du bist ein guter Mann. Und ich, hier... Du willst eine PIN? Das ist eine von den Steele. Oh. Das ist sehr gut von dir. Aber ich bin kein Schmerz. Jimmy Brooks. Nicht immer. Ihr wisst, ich war in Blackwater. Ich töre Menschen. Und vielleicht sollte ich dich töre. Ich hätte dich töre, Jimmy Brooks. Ich? Ich habe dich nie gesehen. Nicht jetzt, nicht immer. Ich glaube, wir haben ein Verständnis. Natürlich haben wir. Jimmy Brooks. Ich werde mich daran erinnern. Ich habe eine gute Erinnerung. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Nicht nur ein Lick. Nicht nur ein Sinn. In diesem alten Geist. Na ja. Ich erinnere mich aus. Für eine Gesellschaft. Was hätten wir besser machen können? Wir schauen einfach mal. Den Karren erinnern findet Karren erinnern für 45 Sekunden noch. Wie so nötige Dinger, finde ich. Oh, ich bin da. Oh, ich bin da. Ich bin da. Mein Hals! Huh, am I glad to see you! Here's your Hals back, friend. Oh ho. You really were just borrowing it. Appreciate it. Bitte schön Bist du mal Ich bin doch ein ganz netter Was hast du denn so? Salzenes Rinder für gesalzenes Hilfe Okay, kein Icon, kein gesalzener in da rein So ein Schleppesch aber auch Warte, aber da haben wir noch was bringen Kaufen, verkaufen Okay So Kannst du die hier erfinden oder was? Ah, sind die hier im Salon Rooms, Meals Ups und äh Barbers, ach wir können uns äh Frisieren Ups Hey All right, here we go Oh Arthur, come here, come here, come over here, I want you to meet our friends Pleased to meet you Well, ain't you just a tough as tick mountain man Oh, you be quiet Anastasia Anyone can tell this one is a pussy cat Exactly Exactly, yes, he's a pussy cat And that's so, Arthur Whatever you say How much you cost anyway Ain't that a nice way to talk to a lady Oh, I didn't know I was talking to a lady Excuse me Well, I must say You got a fine way with the women, amigo Yeah, regular dandy and a charmer Where's Bill? Oh man Oh man I dread to think about it Hey, hey, hey There he is Hey, watch where you're going Are you about to kiss that guy or punch you? Take it easy, huh? Oh, and we have our answer Oh, no Oh, no Oh, what? What? Oh, it's a big boss What is the big boss? Tsk, tsk No, no more Ja! Suck! Hey! Oh! Do you see the commencement screen? Knock his head off! You can't beat him! Kill him, Tommy! It's alright! You okay there, Arthur? Yeah! I got this slash! What the hell is that mean brain, Morgan? You show him, Tommy! Alright! Oh yeah! Aua! Der war böse! Come schon, Arthur! Befrei dich! Aua! 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 An Ausdauer-Gitler, yeah! Come schon! He said, let's go! Armin! Let's go, Arthur! Stop! Stop! Please! Please! I beg you! Stop! Come, sir! You won the fight already! Surely that's enough! What business is it of yours? No business! No business, sir! But please, I beg you... Making new friends again, I see, Arthur! Look who we found sniffing about! Josiah Trelawney! The very same! Well, I thought you'd gone to New York! And miss all this glamour! You must be joking! How are you? Well! Quite well indeed! I went to Blackwater looking for you gentlemen! You're not very popular there, it seems! Ah! Javier! And Charles! I've missed you! And Bill looking as well as can be! Gentlemen! Always a pleasure! You're right! We ain't too popular in Blackwater! We left a lot of money there! And young Sean, it seems! Sean! You found him! Yes! I have! He's being held by some bounty hunters! Trying to see how much money the government will pay them! I know he's in Blackwater! But there's talk of them moving! Well, if we step foot in Blackwater... Well, then we're dead men for sure! There'll be Pinkertons all over the place, but... If he's alive, we gotta try! Yeah, of course! It's you they want, Dutch! Always is! Charles! Go find out what you can! Carefully! Josiah! Take Javier! Arthur! Go get yourself cleaned up! Join them when you're ready! Well, what about me? Well, exactly! What about you? What does that mean? Oh, Bill! Come on! Bye! It's all over the place! I'm sorry! I'll take it to the place! I would think we should have to build a Rose! With this over the place! That's okay! We need to go with it! I'm sorry! Na gut, dann nicht. Ah, unser Hut. Ja, hebt den Hut auf. So, das ist wichtig. So, aber haben wir jede Menge Ärger gemacht hier in der Stadt. Hier haben wir noch ein Fragezeichen. Die sind alle wieder hier in der Stadt. Äh, hier in so einem Dörfchen. Viel zu tun. Äh, Intex. Karrion. Fremde Persona. Okay, gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao, ciao. We're broken people now. We're burning now. So cold, I'm bleeding now, now, now. Gonna let you down. We're broken people now. We're broken people now. We're broken people now. Everybody, yeah, they know the name. Everybody, yeah, they know the name right now. I'ma make it somehow, make it some way. Yeah, you know we gon' get it today. Like, I'm all on my own now. I won't ever let you down. Won't let you down. Down, down. Yes, I've been through it. They know I do it for the people I'm fighting. So we be equal for my son and my sequel. And anybody who listening in a system like venom, I get in them and spread viciously. We're broken people now. We're broken people now. We're burning now. So cold, I'm bleeding now, now, now. Gonna let you down. We're broken people now. We back at it. Young Logic, the rap addict. Giving it every part of myself on the real. You would think I be asthmatic. Allergic to your bullshit. Yeah, that's right. I done had it. Real all the time. If you rep it, get it tatted right now. It's right here, a vibe right now. I am too alive right now. I'm alive right now. Come on, feel the vibe right now. Feel the vibe, feel the vibe, feel the, feel the, feel the vibe. Yes, I've been through it. They know I do it for the people I'm fighting. So we be equal for my son and my sequel. And anybody who listening in a system like venom, am I getting them and spread viciously? This is me. We're broken people now. We're burning now. So cold, I'm bleeding now, now, now. Gonna let you down, now, 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 now. Broken we ain't beaten, there's no glory in defeat. We won't fall into the cracks between our streets. We're broken people now. 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 We're burning now. We're burning now. So cold, I'm bleeding now, 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 now. We're burning now. Gonna let you down We're broken people now